Willkommen zurück bei Lego Rüstung 2. Hier sehe ich ihr auf Cars Island. Wir wollen jetzt erstmal ein Land hin. Huschner! Huschner! Oh, wundersamer Ritter, in noch wundersamere Rüstung. Sag, bist du gekommen, die Brücke zu richten? Ja. Sie ist zerstört und wir können nicht schwimmen. Bitte hilf uns, unsere Brücke zu reparieren. Ich hab ein Boot mitgebracht. Deshalb bin ich hier, alter Haudegenmann. Ich bin Legomeister und Brückenrestaurator. Und ein Kind noch dazu. Füll die Lücke in der Brücke. Okay. Wo einst stand die Brücke, sind jetzt nur noch Stücke. Diese eine, die reinstecken. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob du unsere Brücke wieder hinkriegst. Wir können gar nicht kämpfen. Da wird ja der Pfeil im Köcher verrückt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob du unsere... Das ist hart geschehen. Wo einst stand die Brücke? Ja, ja, hart geschehen. Ich kann keine Pizzen mehr schmeißen. Was hat das Leben noch für einen Sinn? Okay, ich komm hier nicht weiter. Das ist nur noch ein paar Worte. Es gibt hier so einige Greile zusammen. Ein paar. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Aber ich versuche dann mal wieder alles zu finden. Das bringt ja auch ein Pokémon. Wie schön, dass du gekommen bist. Unsere Brücke muss repariert werden. Wenn die Brücke kaputt gegangen ist, herrscht dir nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Oh nein! Das ist schrecklich. Frieden? Wer will denn so einen Scheiß? Der mag schon Frieden. Voll der Dreck. So, wie war das mit der Brücke? Ich erinnere mich nicht mehr. Achso. Äh, äh, äh. Äh, ja. Genau. Einfach hinlaufen. Du musst hinuntertauchen, die Brückensteine aufsammeln und dabei allen Hindernissen ausweichen. Da unten sollte auch irgendwo eine Seite liegen. Du musst so lange bleiben, bis du sie gefunden hast. Ja. Und dafür mache ich jetzt wieder mein Dichekreuz ein. Und ansonsten... Dichekreuzig. Wir stecken gerade fest. Mega geil! Steck fest. Ach so. So, ich hab noch die Schleiber noch. Ewa, das wird steil direkt geschafft. Viel noch vier. Ja. Oh, hier wird's schon nicht. Du, ich würde gerne das drück-auspüten. Weil das wäre ich gerade ein bisschen laut ist. Höpf, der hast du ihn... Raus könnte die Brüdelschungpassungen... Ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre, ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre. Ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre, ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre. Ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre, ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre. Ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre, ich weiß nicht, was ich sonst höre. Ich weiß nicht, was ich sonst nicht höre. Ja, eigentlich, aber du hast schon die erste deiner Luftverbrauch. Was ist die Seite denn? Komm schon. Heute schon Kiel geholt worden. Oh nein, jetzt ist die Kette. Ja, die Kette. Ja, die Kette, ich muss, oder, äh, am Anteil zu machen. Ja, die Kette, ich muss, oder, äh, am Anteil zu machen. Ja, die Kette, ich muss, oder, äh, am Anteil zu machen. Ja, die habe ich nicht gesehen. Scheiße. Was ist der Stein denn jetzt? Da hinten! Nein! Nein! Alter! Die Steuerung ist aber scheiße hier gerade. Ich kann mich nämlich nicht durch den Drift von der Drift erstellen. Die Steuerung ist gerade nicht, äh, das ist bei dem Gorn drücken. Die Steuerung ist geradeaus. Ja. 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 Ben, okay, da bin ich jetzt eigentlich 35, bitte. Diebreite schon viele Geholtwahlen. Ja, komm, dann zu den zweiięcy. Gut gemacht, Pepper! Bis. So am Schluss wäre ich fast reingesprungen und hätte mich rausgezogen. Na komm, lassen wir's so. Ha, ha. Die Wolke, es geht zu Ende. Es ist schon zu Ende. Jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, die Wolke ist schon zu Ende. Entweder haben wir noch 4 Minuten oder ich bin 6 Minuten drüber. Komm, mache ich noch 4 Minuten. Ja, jetzt noch 3 Minuten. Ja, mach ich noch. Mach ich noch die 3 Minuten. Na ja, gut, wenn wir immer im Ladebeschluss draufgehen. Schade hat sich da nur Branche gehabt. Aber ich glaube, man kann die wiederholen. Hup, hup, hurra! Husser! Husser! Unser aller Dank ist dein, mein Freund. Nun, da die Brücke steht, können wir wieder mit unseren Nachbarn kämpfen. Ich rufe Pepper. Pepper, bitte kommen. Wir haben noch eine Seite gefunden. Im Ernst? Sie ist in der Burg der Bullen. Sie haben sie am Fahnenmast hochgezogen. Ja, super. Beeil dich, du musst zum Fahnenmast der Bullenburg. Ich glaube, ich ziehe jetzt mein Schwert. Wenn du unsere Burg suchst, sie liegt da drüben. Das läuft ja prächtig. Achtung, ich schieße jetzt. Achtung, bitte. Na, wenn das mal bei den Löwen ankommt. Und da ist ein Graal. Ja, jetzt einfach geht es. Und ein Graal. Da gab es nicht zehn, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es zehn drein gab, oder nur neun. Ich glaube, es gab neun, genauso wie ruhig es da muss. Da vorne sind die Bullen. Da vorne sind die Bullen? Ah, Polizei! Ah, ich glaube, es gab wirklich nur neun. Wenn du unsere Burg suchst. Ja. Ich glaube ich. Ja. Da vorne sind die Brücke steht wieder und ich habe die Burg der Bullen fest im Visier. Du bist auf deiner Seite. Die treffe ich mitten zwischen die Hörner. Die Lache ist ja wieder gut. Gratuliere, Pepper. Die Brücke spannt sich wieder wie ein Bogen. Von der Rest muss, ne? So, oh. Oh, ich dachte schon. Man bleibt irgendwie manchmal stecken in der Kopf, okay, frei in eine Richtung. Aber zum Freunden. Jetzt würde ich sagen, war es das auch schon so Erfolg. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt ziemlich gut über Zoom oder gar nicht. Das muss ich gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.